hallo und willkommen zu einer neuen folge minecraft minigames mit den sargin hallo jawohl hi und wir machen heute smash alias ja super smash ball kennt man ja ja ist jetzt alle ist ein anderer server als die letzten male es ist jetzt shot bow und deswegen ist halt findet er nicht auf meinplex auf jeden fall die sachen mitspielen ja gucken wir mal da unten seien es vier von acht unten rechts eine leuchttung ja ja vier von 80 gibt es überhaupt zuschauer lassen wir schon eine größere map nehmen als auf sie man das hat er oben da drei von fünf jetzt zu weh ist viel zu viel platz und viel zu wenig los dafür die laufen jahre tempel ist 3 von 4 schade hier hier ganz nah jetzt sind wieder fünf von sechs links drin in der lobby drei von vier mal da unten läuft zwischen drei macht das ist ja immer noch das ist immer noch die gleiche hier mal gucken was jetzt da in der mitte kommt ja aber jetzt erstmal nur als spectator wir können jetzt gerade nur zu gucken wie die sich da unten verkloppen wie viel minuten waren denn da noch sechs oder so gut dass dieser wie lange viel leben noch habe da noch zwei ja ne kommt auf die läuft ja auch immer eine zeit permanent ach so das hast du gemeint okay okay ein ist runtergefallen es sind nur noch zwei drin okay schon ein tut hollio hacking und da fliegt er sagt gewonnen so jetzt schon mal was oder bald bist du noch da ja ja ich bin noch da könnte sein schon ziemlich viel zu zenten haben auch in 43 er das ist er das sind die die da gerade unten mit gespielt haben also wenn ich gleich zwar jetzt geht es los okay oh ich bin schon fast getötet close the battle was ist das für eine battle toll ich treffe den gar nicht toll was macht das bitteschön wer ist denn hier ein riese boah kacke was war das hui das war eng was zum teufel war das ähm ein spawn ei würde ich mal so behaupten gerade danke vielmals ah ich fall ganz aus der welt raus scheiße ich bin jetzt hier nachgerannt hast du was hier ist was hier explodiert au der ist tot aha du bist das ja in diese richtung da fliegt wieder was oh so ist es ein monster geweckt da aua ich bin schon gelb hör auf sei lieb sei lieb sei lieb der klopfte mich weil ich gelb hier in der gelbe sagt sei lieb oh man ey oh da kommt er mitgeflogen hier auf dem der map hier bin ich zum ersten mal scheiße hier komme ich einigermaßen hoch ich habe hier wieder irgendein item gehabt womit ich nichts anfangen konnte jetzt danke vielmals du bist rot und ich bring ihn hier haupt tot da oh was ist denn das bitte schön das ist deine waffe ich habe keine waffe mehr aber du warst rot also ich habe auch schon 115 prozent ich habe ja bisher nur getötet wurde noch nicht getötet ja ich habe eine klasse granade gerade geworfen an die vorbei nein ich bin frei ich bin dämlich genug gewesen um solo runter zu springen oh juhu die kiddies du hast einen penis gemalt im chat ich habe gar keine zeit um den chat zu schauen wir sind ja nur noch wir zwei glaube ich okay okay es waren nur wir zwei so ist es gleich an der zeit äh ja ich weiß jetzt nicht was was passiert ist hörst du wohl auf hier brennen ist böse brennen ist nur da kann ich den Ruhm jetzt nicht mehr einsetzen da kann ich den Ruhm jetzt nicht mehr oder auch noch so jetzt was endlichs tisch nur noch da ist sie weggeworfen das end ah oh ne 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 nein das ist nicht dein ernst sehr schön also die map ist blöd ich bin zweimal selber runter gefallen ja cool ich habe sogar gewonnen ja ja das ist cool ich fand die map cool ja aber jetzt müssen wir uns eine neue suchen weil hier keiner mehr ist und nur zu zweit komm du kannst noch oder? nicht unbedingt ach so hier wenn du hier auf quit match hier mittig komm 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 ah oh jesus kommt oh jesus ohne gesicht ah ne jetzt scheint ein auge zu sein dann muss man hier 3 2 1 aber wir sind nur zu dritt okay ja gut vorher war es eigentlich viel mehr die sind tot gewesen ja gut das stimmt allerdings ich habe dich auch lieb hier toll ich finde kein item hat er schon ein zwiener ok ja blödmann ach du oh du Wo seid ihr jetzt hin? Ach da, da ist Jesus. Warte, der hat nen Bogen. Uiuiui. Die heckt da oben, super, da komm ich gar nicht hoch. Hui. Au. Du kannst ja immer so mit Doppeljump machen. Boah. Guck mal an, ich mach zum Fasseln. Oh, das sieht cool aus bei euch. Finde ich nicht. Matthias hat ne, hat ne Angel, Achtung. Ja, hat's schon geschafft. Ah. Ah, Jesus. Jesus. Jesus Cry. Was macht denn ne Wolke? Hallo? Der hat ne Wolke in die Luft gezaubert und ist aufgestanden. Gehne das bitteschön. Kann man ne Wolke machen? Ja, mit Items wahrscheinlich. Ah, scheiße. Ja, ich bin tot. Ich bin besser auf ihn, wenn man spektatiert wird von außen. Ich kann nicht mehr. Ach so. Uiuiuiui. immer wieder. Kom. Ich bin besser auf ihn, wenn man das zu tun hat. Ich habe das echt nicht so. Ich hatte das nicht so. Ich muss nicht so. Oh, da haut ja richtig die Fassade hier. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ich habe dich jetzt gerade akustisch nicht verstanden. Aua. Ich denke, zeittechnisch sind wir wahrscheinlich nachher auch gleich durch. Äh, wir sind jetzt bei 13. Ja, eben. Au. Stehe ich schon wieder hier. Ich muss mal einen Schluck da. Oh, noes. GG. Ah. Ja. Hahaha. Okay. Hat sich auch. Ja. Ledigt. Ja gut, dann würde ich mal sagen, dann... Gehen wir erstmal zurück. Durch den Lobby. Äh, quit, 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 quit. Quit match. Quit match. Ja. Dann... Machen wir gleich nochmal quit. Also werden die ganze iTunes gezeigt, die es gibt, ja? Ja. Und auch, glaube ich, was zu machen. Wie kommen wir hier ganz wieder raus? Äh, gute Frage. Ja. Hier, links, hier. Kommen wir in die Mitte wieder, wo die Server sind? Ja. Zur Auswahl. Hier. Return to Hub. Ja, okay. Genau. So. Dann sehen wir die Zuschauer auch mal das Hub von... So hier. Hier. Dann sehen wir die Zuschauer auch mal das Hub von... Cool gemacht. Genau. Und man kann es auch... Ne, man kann es auch... Doppeljob machen, okay. Ähm. Na gut, dann würde ich sagen, danke ich mich immer fürs Zusehen. Jo. Auch der Zajin fürs Mitspielen. Mit Trollen. Und wenn es auch gefallen, lasst doch unseren Like da. Und Kommentar wäre nicht schlecht, dass wir wissen, wie euch das hier jetzt so gefällt. Jo. Kann man machen. Genau. Und schau dabei auf dem Kanal des anderen auch vorbei. Ich bin mir in den Beschreibung verlinkt. Und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ganz heiß. Danke auf die Mediengames. Alles klar, Leute. Macht's gut. Tschau, tschau. Tschüss.